So, na dann wollen wir nochmal loslegen und sofort in seinen Golden Koi Restaurant latschen. Das Porta-T-Shirt, ich finde das einfach zum Schießen. So Leute, ja, fangen wir mal zum Golden Koi. Ich überlege noch, was wir jetzt nehmen. Ich glaube, wir nehmen vielleicht diesen total abgespaceden Smart. Ich finde den einfach nur edel. Er ist einfach nur edel. Wie viel Power er hat. Aber wo ist das? Warte, ein Zekechen. Da ist das Hong Kong Klau. Und da sind wir auch schon. Ja, so fix geht es manchmal. Was geht denn jetzt? Aber geile Knarre, muss ich ja mal sagen. Ich bin ein Zekechen. Ich erinnere mich. Ich sende dir den Popstar. Und jetzt ist er in der Brache. Ja? Und wer steckt nach dem? Ja? Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ey, die goldene Diege ist echt geil! Was für ein fucking Hatshot! Harte Kisse! Oh, noch aufgespuckt! Entehrung! Er hat Way ein verficktes Glück! Der kann sich ja rausdrehen, der kann sich ja entwindeln aus einem Problem wie eine Schlange! Hat er richtig, richtig locker! Wäre ja auch schade, wenn das Spiel nach knapp zwei Stunden vorbei wäre, ne? Ich meine, das ruht ja nicht wirklich! Ey, ich denke, ich kriege irgendeine Mission, weißt du? Ich weiß, wir haben das! Was kannst du tun, oder was? Ich glaube, nach sowas kann man echt nicht mehr ruhig schlafen! Ich kann's euch nachvollziehen! Hallo! Irgendwann mal los! Okay! Okay, was machen wir da? Kurz nachgucken! Also, wir können jetzt, äh, die Trianen Mission Lauschangriff machen. Wir können erstmal eine neue Fähigkeit lernen. Oder wir gehen zu Mrs. Tang und machen einen neuen Fall. Ich würd sagen, erst einmal lernen wir eine neue Fähigkeit. Damit wir, äh, noch hart auf die Fresse kloppen können. Und, äh, dann... Dann... Machen wir... Na, Marco. So, ich würd sagen, wir nehmen den Power... Ich... Ich find das Auto einfach zu geil. Ich mein... Was ist denn das hier? Ich mein... Ich mein... Ist doch voll der fetter Auto! So süß und klein! Und so einer Power unterm Arsch! Geh weg, man! Komm gleich rüber! Komm gleich rüber! Komm gleich rüber! Komm gleich rüber! Das ist besser für dich! Na toll! Wisst ihr? Jetzt sagt er an, wie mein Radiosender wechselt. Das weiß ich jetzt auch schon! Perner! Oh yeah! Und los! Aha! The Dragon! Wunderful! Cool! Er ist gut! Ich find die Gespräche echt interessant, also... Was würdest du lernen? Was würdest du lernen? So, den haben wir jetzt schon... Was kommt da jetzt nächstes? Betäubungsfolgeangriff... Fünf Gegner zum Boden... Aber auch eh alles, damit man da hier am Ende raufrockt... Jetzt würd ich mal sagen, wir machen jetzt mal das hier... Angriff nach einem Tackling... Space plus F... Space plus F... Ah! So! Wenn wir den jetzt so packen... Den Idioten... Dann können wir gleich noch mal rein zwiebeln... Das finde ich gut! Achso, kann ich den deshalb prügeln? Ups! Falsche Person! Halt die Fresse, Mann! Oh, der hat mich wieder erwischt! Ah, kann ja wohl nicht wahr sein! Halt deinen Maul! Habt ihr das Knacken gehört? Der steht so schnell nicht wieder auf! Jetzt machen wir nochmal die Tackling, ey! Bitch! Please, stop by again, if you find one on my statues! Und nochmal rauf getreten! Ah, der Move ist doch cool, wa? So, dann... Ja, Angriffsschlag... Black Keks... Legen wir mal los! So, wie gesagt, jetzt können wir uns entscheiden... Äh... Polizei... Oder... Triaden... Ich persönlich würde jetzt lieber wissen, was bei den Triaden abgeht... Weil, das war ja ziemlich knapp gerade eben... Deswegen würde ich sagen, wir fahren da an! MPC! Oh, ja! Da fangst du auf, wo du hinläufst, Mann! Na, sorry Leute, ich hab noch keinen Führerschein, ne? Mein Gott, Leute! Oh, seht ihr, so macht man Cash! Ja, ja, ja! Mal gucken, was das geht! Mal gucken, was das geht! Mal gucken, was das geht? Ja, ja! Ja, ja! Mal gucken, was das geht! Mal gucken, was das geht! Alter! Der kriegt hier Frauen ohne Ende! Was soll denn das? Hast du den Bug bekommen? Ich habe ihn! Sag mal, ist das nicht Ming? Der sieht aus wie Ming! Kann ja gar nicht sein, der ist der Torhund! Ich meine, habt ihr ja vorhin gesehen? Ich meine, wir haben seine Höhen auf dem Tisch verteilt! Äh, Wand! Tisch! Tisch und Wand! Schöne Foto! Hallo, ist der Kostmann, ist der Kostmann, ist der Kostmann, ist der Kostmann, ist der Kostmann! Und noch einmal! Und bald so schön ist, noch 100 Meter! Und nochmal über den Zauern! Und in der dunkle Seitengasse! Was soll denn das, du Knick? Warte mal! Versuch mal! Versuch mal den Move mal mit Action, Alter! Was soll denn das, man? Oh Mann! Das wollte ich eigentlich gar nicht machen! Ja, jetzt geht's los für den... Ach, klick mal! Was soll ich dir helfen? Oh, danke für das Auto! Das sei richtig nett von dir, weißt du? Danke! Wiedersehen! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Leute! Ich hab das die ganze Zeit komplett falsch interpretiert! Die grünen Missionen sind Hauptmissionen! Ganz einfach! Je nachdem! Was wird das für eine Schuss? Softly! Riecht die Klassen! Na ja, wollen wir doch mal gucken, ne? Geh mal weg hier! Entschuldigung. Wollt mich doch verarschen. Ich kann doch jederzeit den Golden Koi, oder? WTF? Obwohl ich sagen muss, das ist eine ganz coole Konstruktion hier, ne? So ganz Bammuske-Döns und so. Hat schon was, hat schon was. Ja, das ist nicht mehr so cool. Das ist echt all-cool. Es wird so BORING! Warte mal, da leuchtet was. Oh, ein Tresor! Checkport! Wie geht das Bus-Thinge? Gut. Weil du kannst kämpfen, oder? Ja. Warum? Nichts. Hey, nicht versuchen diese Scheiße. Du hast etwas zu sehen. Geh! Ich glaube, er mag mich nicht. Du kannst nicht weitergehen. Es ist zu einfach. Dieser Mann kommt aus keinem Ort. Und er hat sich nicht mehr zu tun. Und er hat sich nicht mehr zu tun. Oh, ich habe einen neuen Stato. Hey, ich bekomme einige Nudeln aus der Küche. Willst du sie? Natürlich! Warum nicht? Welcher Art? Sie sind fucking Nudeln, Vincent! Was ist da hinten? Ich fühle mich wie Porn. Also geh! Du willst... Du willst Porn auch? Das ist hinten Quatsch! Das ist hinten Quatsch! Das ist hinten Quatsch! Perfekt! Perfekt! Dann holen wir wieder zu und dann haben wir die Schacht! Und dann verzupfen wir uns, mein Lieber! Tür ist genau durch die Hintertür! Na logisch! Kriegt doch gleich auf die Fresse! Weiß ich jetzt schon! Leute! Das ist ja easy! Also bei Oblivion oder so ist das echt viel schwerer! Jackpot! Psychologische Beurteilung, Waysham, Neubewertung! Naja! Lest sowas eh nicht! So! Hätten wir durchgeklärt, ne? War... Ziemlich easy! Hätte ich nicht gedacht! Aber hier würde ich sagen, wir gehen erstmal zum Parkhaus und tun uns wieder unser Auto! Und dann müssen wir mal schauen, was wir machen! Wie viel Geld haben wir eigentlich? Steht ihr nicht sonst immer hier oben in der Ecke? Puh! Wie gut, dann eben nicht! Ähm... Ja! Wir haben jetzt keine normale Hauptmission! Ähm... Dann machen wir hier den neuen Fall und dann haben wir erstmal Ruhe! Hallo! So, ich überlege... Ach komm! Wir nehmen unseren kleinen Powersmart und dann passt das! Das ist real! Warte! Das! 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 Das!